Die Reihe der Gratulanten an diesem Abend ist schier unendlich. Immer wieder treffen Gäste aus Politik und Wirtschaft ein, die dem IT-Spezialisten ProComp in Marktredwitz beim großen Sommerfest gratulieren wollen. Dazu haben sie auch allen Grund, denn das Unternehmen ist seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich am Markt tätig. In dieser Zeit hat sich ProComp vom Dreimannbetrieb zum mittelständischen Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern entwickelt, das Kunden im In- und Ausland betreut. Die Erfolgsstrategie ist neben dem entsprechenden Know-how natürlich vor allem eines. Ich denke, der enge Kundenkontakt, bei Problemen, schnell reagieren, immer erreichbar sein, auch bei Notfällen in der Nacht, Feiertags, Urlaube und so weiter, die schnelle Reaktion, denke ich, die zeichnet uns aus und die hat die enge Verbundenheit geschaffen. Eine enge Verbundenheit zu den mittlerweile zahlreichen Kunden und Partnern, zu denen regionale Unternehmen genauso gehören wie Konzerne wie Fujitsu oder Microsoft. Doch auch die Verbundenheit zur Region und zu den Mitarbeitern ist dem Unternehmen wichtig. Am Standort Marktredwitz schätze ich die Loyalität unserer Mitarbeiter. Wir haben ganz wenig Fluktuation, das ist in Ballungsgebieten ganz anders. Gerade in der IT-Branche wechseln da die Mitarbeiter fast jährlich ihren Arbeitgeber. Und wir haben hier wirklich einen sehr, sehr guten Mitarbeiterstamm, der treu zu uns hält. Deshalb gibt es im Rahmen des Jubiläums auch von der Belegschaft Geschenke für die Chefs. Und auch umgekehrt lassen die es sich nicht nehmen, treue Mitarbeiter an diesem Abend zu ehren. Jeder hier weiß, dass es nur gemeinsam möglich ist, die Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen. Wir werden uns in den nächsten Jahren weiterhin sukzessive entwickeln mit einem ständigen Wachstum im Umsatz und in der Personalentwicklung. Schwerpunkte werden sein, unsere eigene Software intensiver zu vermarkten und unsere Kunden auf dem Weg der Digitalisierung intensiv zu begleiten. Weil da stehen uns sehr, sehr große Herausforderungen bevor. Das, was dieses Unternehmen tut, ist Zukunft gestalten. Und ich glaube, die nächsten 15 Jahre wird explosionsartig Oberfranken nach vorne gehen, weil wir im IT- und im Digitalisierungsbereich vorangehen. Und ProComp ist ein ganz wichtiger Partner. Ein Partner für regionale Unternehmen, aber auch für überregionale Kunden, die sich mit den IT-Lösungen von ProComp verbessern wollen. Das Jubiläum jetzt ist deshalb ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und an diesem Abend für alle Anwesenden ein verdienter Grund zum Feiern.